Hallo zurück und wir stehen immer noch vor der Türe und wir haben uns jetzt entschieden wir gehen rein. Ihr müsst mal bissl reinguggeln. So, ich schiebe rein. Er funktioniert. Hallo? Grün. Grün. Aber es sieht so modern aus. Das haben doch niemals die Eingeborene. Alter. Okay, das sieht mal aus. Soll mal oder nicht? Rot, Alter, das sieht so modern aus. Mich würde echt interessieren, was das dann hier ist. Ob hier vielleicht andere Menschen hier das irgendwie gebaut haben. Ach, die Eingeborene können vielleicht Experimente sein oder sowas. Ach, und da kann man mit einem Seil hoch? Ich dachte, das ist ein Rope zum Sammeln. Ach, Alter, du hast mich gerade geschlagen, Mann. Entschuldigung, ich kann die Tasche auf. Achso, hier geht es gar nicht. Hier ist wieder Farbe. Geil. Ich habe mich mal eingepünselt. Geil. Hier geht es nicht weiter, okay. Okay, die Farbe ist also von den Menschen. Ich würde voll gerne diesen Akkuschrauber benutzen. Das wäre echt praktisch, ja. Gut, aber der Akku, ich weiß ja, vielleicht ist der leer. Ich gehe mal hoch. Mach mal. Ja, wir ziehen jetzt durch, ich komme. Wenn es zu... Alter, das sieht aus wie so eine Quarantäne-Station hier. Alter, ich mache mich fett. Gott. Hier hinten. Medizin, aha. Knochen, Uhr. Interessant. Kant, ja. Geh mal ganz kurz zurück. Ja, ich versuche es ja. Das ist ganz schön. Also, das ist nur Knochen, okay. Oh, ich bin lustig. Warte, ich muss hier, ähm, trinken. Ich mache mir mal ein bisschen Rüstung, weil ich habe jetzt ein paar Knochen bekommen. Stimmt eigentlich, kann ich ja machen, ja. Einmal Medic nehmen, EAT. Oh, ein bisschen Rüstung. Jetzt geht es mir wieder ein bisschen gut. Das ist, das ist wenigstens etwas. Warte, dann geh mal schnell zurück und dann holen wir die Knochen. Das habe ich gesehen. Nee, keine Knochen mehr, okay. Das geht sich genau aus bei mir gerade. Das ist super. Oh, das ist gut. Ähm, ja. Wollen wir mal langsam gehen, oder? Mal. Schaust du, schaust du auf die Uhr, weil ich habe gerade nicht. Ach so, ja, genau. Gut, dass du sagst. Ja, das ist halt, wenn es dann zu Ende ist. Ich weiß ja nicht, wie das Ende ist und ob man noch weiterspielen kann, oder ob das einfach wirklich zu Ende ist. Ähm. Sehr genau. Es geht das Ende. Ach so. Ja. Sollen wir? Dann sprungen wir runter. Hey, komm, man. Uppala. Kommt man nicht mehr hoch, dann wahrscheinlich, ne? Nee, es geht. Kann man die Dinge aufmachen? Ach, die kann man dann vielleicht. Nee, komm nicht. Stapeln nur, ne. Jetzt kann ich nicht. Da steht ein, da. Excess Corridor 7 Level G. Okay. Alter, das ist so modern. Das ist bei 100 Pro Sonnen. Okay. Ach, guck mal, ein bisschen Heizung. Nett. Da kriegst du weiter runter. Hey, der kann was anschauen. Okay, nehm da ein Mädchen. Da ist wieder Farbe. Sahara. Sahara Male. Das ist, da stand doch auch auf der Keycard. Sahara. Ah. Gut, ich nehme die Farbe jetzt nicht mit, weil ich... Oh, ich habe meine Farbe jetzt, genau. Egal. Ich habe echt Schiss, weil... Es ist halt schade, ne? Unsere Station war so geil. Aber wir haben ja davor gespeichert, ne? Wir dürfen einfach hier nicht speichern. Das müssen wir halten. Wir können hier eh nicht speichern. Oh, cool. Äh, wo sind wir denn hier? Okay, was? Da ist Stoff. Yay. Oh, hier. Geil, Stoff. Alter. Aber was sind wir hier? Das hätte ich nie gedacht. Ey, wir sind doch nicht mehr in der Forest, echt. Guck, sowas könnten wir mal brauchen. So Werkzeuge und sowieso. Können wir das nicht mitnehmen. Da hinten ging es aber auch nochmal weiter, ne? Eine Wasserflasche, die wäre nice. Oh, wieso kann man das nicht? Hier geht es hoch, ne? Ich würde da mal nicht hochgehen. Da hinten mal. Ja, nein. Die könnten mitnehmen, die Wasserflasche. Und schaut, ich sehe mal selbst so. Hier, Stoff. Ah, cool. Werkzeug ein bisschen. So Mülleimer, das könnte man alles mitnehmen für unser Haus. So Rohre, Schrauben. Ah. Na gut, das Rohr. Nein. Hier hat... Hier hat Timmy gepennt. 100 pro. Äh, ja. Ah, Medizin, Gott sei Dank. Close. Alter, der echt allein überlebte Junge. Hä? Der hat echt allein überlebt, der Junge. Alter, du sollst die Wasserflaschen und... Ja, schau dir das hier an, hier, weil hier ist das Spielzeug von ihm. Oh, die Schüssel, das kam alles mitten in den Wasserflaschen. Ah, meine Güte. So schön Taschen... Kissen... Aber wie ist jetzt schon, wie ich hierherkomme? Es reicht, meinst du? Ja, also entführt wurde er. Entweder ist er geflüchtet, irgendwer hat er sich befreit. Oder die haben ihn wie ein Gott behandelt, weil ich meine, normalerweise hätten die ihn noch gleich getötet und gegessen. Ja. Frischfleisch. So extra jung. Achso, man kann ja laufen. Ich hab so Schiss. Ich hab so Schiss, dass wir gespielt werden. Oh, das ist ja eine große Sache. Oh, okay. Okay. Ähm. Okay. Cafeterie. Ah, krass, Alter. Alter, nicht dein Ernst, Mann. Das Periodensystem. Schick. Oh, eine richtige Kühe. Schau mal her, schau mal her, schau mal her, komm mal her. Hey, hier kann man einen Toast essen. Ja, komm mal her, komm mal her. Ich hab einen Toast gegessen. Hier sind überall Formeln und da ist das Bild von dem komischen Mutanten mit einer Formel drunter. Ja, ich glaub... 50 Milligramm may not be enough. Sony many... Alter, dein Kopf ist gerade im Weg. May not be enough. 44 Kilo und so. Ne, ich glaub, die haben hier echt Experimente gemacht. Hey, kann man was trinken? Na gut. Hier ist beim Wasserspender kann man trinken, falls du das nicht wirst. Was ist das? Hey, ich kann mich hirnucken. Hallo. Kriegst du da Ausdauer wieder? Keine Ahnung. Das ist ja nice. Hab jetzt... Oh Gott, ich stehe. Okay, jetzt geht's. Okay, ein Laptop. Mehr. Circleboards. Da hinten war noch ein, äh... Was zum Essen, sehr schön. Hm, lecker. Aber ich mein, hier ist ja auch kein Mensch mehr hier, also... Funny trick. Ja, wahrscheinlich würde ich... Oh, Leute, hier kann man Geld reinwerfen, da krieg ich immer was zu trinken, oder? Hm, naja, es geht bei mir nicht. Schade, es zeigt's an, aber es geht nicht. Kann ich das gut machen? Schade. Alter, wie viele Snacks hier drin sind. Haha, cool. Oh, jetzt habe ich Geld. 99 Coins. Jetzt geht's, jetzt geht's. Cool. Ah, mit den Coins. Ich habe ein bisschen Rune. Ah, mit C. Hey, cool. Snack collected. Hammer geil. Warte, wie viele Snacks habe ich denn? Ich habe nur vier. Gut, dann haben wir noch einen rein. Jetzt geht's nicht mehr. Man kann Kaffee trinken. Nice. Ah, cool. Alles voll geil hier. Cool. Hier konnte ich ein Paket aufmachen. Hm. Ich kann das Paket aufmachen. Krass. Oh, man kann nicht hier so satt essen und satt trinken. Ist voll geil. Oh, hier geht's glaube ich nach oben dann, hier. Bisschen Zivilisation hier. Ist voll ungewohnt. Ja. Weil ich die Natur kennt, aber das sieht nicht so hell. Was ist das denn? Hast du das schon gesehen? Was ist das? Wohl Coins und sowas. Na das, da siehst du das auf dem Tisch nicht. Ja, doch. Ich sehe schon. Kaputt machen kann man es nicht. Aber hier ist noch Strom, ne? Also irgendwo. Ja. Ich setze mich auch mal hin. Hallo. Hallo. Ich glaube. Da kommt man nicht durch. Aber guck mal, kommt hier hoch. Schick, schick, ja. Alter, ich bin... Ich habe so Angst, dass wir das Spiel beenden, dass das... Ich kann mich nicht vorstellen, dass das so ein Open World... Hallo, ich komme nicht mal auf den Tisch. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das einfach mal zack vorbei ist. Glaube ich auch nicht. Ne, ich glaube schon, dass das Open End ist, sage ich mal, aber irgendwie. Weil wir haben halt noch gar nicht so viel entdeckt, ne? Also, die ganzen Höhlen noch. Die ganzen Passagiere und so. Ist halt irgendwie schade, wenn wir uns alles verpassen würden. Ist schon assi Zufall, oder? Dass wir hier direkt hier, ähm... Ja, das ist schon... Das Ende finden. Und das nicht gewollt, da hinten. Ey, du gehst bei mir... Aufrecht. Uah, da geht's runter. Ups. Alter, aber ich... Wie kommen wir... Ah, jetzt mal was... Krankenstation. Krankenstation. Ist ein Aufzug. Kannst du ihn benutzen, nicht, oder? Ja, komm. Ah, ne, ist kein Aufzug. Hat ihn so ausgeschaut. Das ist nur eine Tür. Könnten wir benutzen? Oh, das Boot ist schön. Hey, das Segelboot kommt mir voll bekannt vor. Mhm. Kann man es aufmachen? Nein. Also, das ist nochmal so ein Segelboot. Hier ist ein Beamer. Da haben sie... Fernseher gekauft. Ist close. Wo ist close? Aber wir kommen halt hier überhaupt nicht mehr zurück, ne? Irgendwie. Ja, vielleicht gibt es einen separaten Ausgang. Das weiß ich auch nicht. Ah, hoffentlich. Oh, ein Handtuch. Transformers, hier. Na, der sieht nicht so appetitlich aus, hier. Oh, das ist schon... Oh, okay. Einigeweihte. Okay, überall tot. Aber hier ist auch nochmal so ein Roboter, ne? Vielleicht war das... Hier sind nochmal zwei sicher Roboter. Ah, hier sind Babys. Babymutter. Alter, voll viele. Muss töten. Muss Babys töten. Aber irgendwie voll viel mit Kindern, ne? Überall Kinder, 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 Kinder. Observationsraum A. Schau mal, was ist. Observationsraum A. Hey, hier ist eine Tür. Wo geht's denn hier? Hey, ich hab hier einen Gang gefunden, aber ich will jetzt noch nicht... Lass mich mal reingucken. Der Gang sieht gut aus. Gehst du erstmal hier hinter? Ja, ja. Geh mal lieber da. Ah, hier liegen überall Mutanten. Aber tote Mutanten. Oh, ist das vielleicht eine Mutter und ihr Kind? Oder Baby, wirst du so? Dann sind das keine Eingeborene, ne? Dann sind das... Ne, das sind irgendwie... Hä? Okay. Nein. Uah, aber... Aha, okay, kommt man auch rein. Oh, hier liegt ein tote Mutanten. Großes... Ich höre was. Furcht. Glaubst du, da kommt man auch her, wenn man dann... Ey, ja. Da hinten ist ein Mutant. Guck, geh mal zum anderen Gang hinter, oder? Ist es der Gang? Das ist, glaub ich, der da. Warte, ich geh mal ganz kurz zurück. Es ist hier, ja. Warte, ah, hier kommt man rein. Ah, close, close. Äh. Kann es sein, dass er grad wach geworden ist? Möchte ja nix sagen, aber ich glaube, er hat uns entdeckt. Oh, kann man die wieder aufmachen? Nö. Na gut, ja, ähm... Gut, den werden wir schon... Der Mutant... Den werden wir schon ankriegen. Ja. Kannst du das ansücken, hier ist doch eine komische Lache, siehst du das? Vielleicht ist das Öl, oder so? Ja, ja. Öl vielleicht, na. Haben wir Molotows, oder so? Bomben, Bomben. Ah ja, Bomben haben wir, die Gang, die kann man verwenden. Gönn, geh hoch. Und totes an. Alter. Eine Bombe. Und die zerfetzten tausend Dinge. Leck. Du hast voll gehen. Jetzt pass auf, ich wollte... Oh, das ging einfach. Ja, das ging easy. Alter, weh. Voll tausend Teile zerfetzte. Wälder, ich widerlich. Geil. Guck mal, guck mal her, guck mal her, guck mal her, peace alter. Das so? Sixer das nicht. Was so, Pierre? Ja. Oh man. Ich glaube, das würde mir dann gefallen, mit Überlänger oder wie weit sind wir jetzt? Ne, ne, wir haben noch 10 Minuten. Achso. Schau mal da, dass wir so ein fetter drin. Das ist schon mal voll, es wäre wie ein Dead Space, wenn wir vorbeigehen, wenn wir vorbeigehen, wohnen zu mir. Boah, das ist das ekelhaft. Da lieber mal drauf. Warte, warte, da ist was. Ach, Kleidung. Wenigstens finden wir Kleidung. Kann man da aufmachen? Nö. Oh man, das ist echt spannend. Wäh. Oh, Gott. Ja, hier haben sie echt Experimente oder so gemacht. Irgendwelche ekligen. Ach, das sind Augen und so. Ja, das ist ein Riesenviech. Boah, stell dir mal vor, das würde sich jetzt bewegen oder so. Boah. Und gegen das muss man am Schluss kämpfen, weil es irgendwie rauskommt. Oh, ho, ho. Also gerade, irgendwas. Oh, da sind Babys. Da liegt irgendwas. Ah. Property of Megan. Megan, Megan. Sieht wie ein Kinderschild aus. Da hinten liegt irgendwas. Ne, doch nicht. Ach, jetzt sind wir wieder in so'n Ding. Mhm. Aber das ist über dem normalen Gang, ne? Wenn wir runtergucken, ist der normale Gang eigentlich, ne? Hier sind wieder Kinderzeichnungen. Ah, da kann man anschauen. Oh, ich hörschuze, ich... Hä? Kannst du die anders schauen? Ja, da ist eine E. An der Wand. Ah, an der Wand. Ah, cool, danke. By Megan Cross. Ah, ich glaube, wir können es vielleicht gold nehmen. Hier gerade. Neppt mich ja mal. Was? Ach, jetzt geht's. Ah, hier geht's wieder runter? Warte, ich schau mal ganz schnell da oben. Ach, jetzt sind wir hinter der Glaswand, glaube ich. Äh. Ah, nicht. Lol. Ja. Ach, die Wand, äh, das geht auf. Liegt da irgendwas, was man mitnehmen kann? Da steht ein Name, Fernse. Da ist ein Laptop. Da steht ein Name, Fernse. Ich komm nicht mehr rein. Warte, warte, warte. Ich glaube, da kommst du. Ich mach mir mal das anschauen, weil es ist hier Ding. Ah, äh, Subject H6. Ja, Rios Project. Subject Anomaly. Alter, zwölf. Age zwölf. Age six. Ey, du hast, glaube ich, der andere Sagen wie ich. Jetzt fängt es bei mir ganz von vorne an. Orientation Slideshow 2. Project Truth Discovery. Irgendwann. Falling Report. Medicine. Food Charius. Subject H12. Jetzt weiß ich jetzt. Multipli sexual organs. Limps might be Cyplinger. Heidi Acrysley Flea. Resent by Dr. Matthew. Das ist ein Bruder. Subject 37B5. Alter zwölf. Ja, die haben das echt irgendwie alles hier. Das waren wir irgendwie. Alter, nicht, dass die zwölf Jahre alt waren oder so. Ich hab mich immer gefragt, wie die Mutanten entstanden sind. Das wissen wir es. Also nicht irgendwie durch Magic. Sondern, Alter, wie tief das hier runter geht noch. Also wir sind, eh, wir sind schon Level G, oder? Ja, stimmt, ja. Wir sind schon ganz unten. Forest Level, Wald Level. Ha, Forest Level. Cave System Level. Oh Mann, wir sind echt weit unten. Was ist das? Was steht da so? Vielleicht dringend auch was. Ich war gerade so. Was war das? Mal gucken hier. Ah. Ah, da haben wir schon mal ein Foto davon gesehen, glaube ich. Was ist denn das? Das habe ich schon gefragt, als wir jetzt Foto gefunden haben. Oh, die Tastatur würde ich gerne mitnehmen. Können wir daheim zocken. Ach. Das ist wieder das Ding. Das Rion-System. Alter, das ist gerade so geil. Also das hätte ich nicht erwartet von dem Spiel. Ich auch nicht. Geh auf. Mach jetzt. Musik ist da drin. Da kommt man nicht weiter. Kommen wir da hinten weiter? Das ist echt jede einzelne Ecke da ab. Ja, ich finde, das ist einfach ganz anders wie das eigentliche Spiel. Du musst einfach ein bisschen mehr suchen und... Ja. Du Scheiße. Oh, ich kann mich hinhocken. What? Ja, wenn man sich hinhockt, mal wieder Energie ausdauert zurück. Ich fach mal kurz. Dann müssen wir, dann müssen wir... Da müssen wir... Stimmt. Ich gehe ganz langsam, geht der Ausdauert wieder hoch. Ja, bei mir auch. Da ist noch ein Laptop, aber ich habe noch genug Circuit Boards. So, jetzt bin ich wieder voll. Ja, was zum angucken. Was steht da drauf? Don't play me. Okay, irgendwas. Also, das ist zum trinken wieder. Oh, Junge, Junge, Junge. Oh, Kaffee. Dann noch mal Kaffee trinken. Da ist was zu essen. Sehr schön. Man kann nicht wissen, wie das schmeckt. Voll alt wahrscheinlich. 12 Jahre. Ja gut, wenn ich jetzt in mein Buch gucke, warte. Buch. B, Buch. Und dann gucke. Wie lange haben wir jetzt überlebt? Wo steht denn das? Da, 46 Tage. Das Zeug liegt mindestens 46 Tage schon. Ja, vielleicht wurde es ja frisch hergestellt. Die wurde erst vor zwei Tagen gebrannt, die Station. HDI steht da. Oh, da ist Addison Viech. Aber wie der da lang geht, ne? Der greift uns nicht mal an. Dem juckt es gar nicht. Vielleicht sieht die Glastür nicht. Schau mal. Ah, jetzt. Okay. Okay. Ja, das hat aber gedauert. Vielleicht geht die Tür gar nicht auf. Das hat jetzt aber gedauert. Finde ich. Aber man kann hier nichts bauen, ne? Habe ich ja gesagt. Ja doch, ja. Also ich könnte hier theoretisch ein Shelter bauen, aber... Ja, aber ich weiß nicht, ob das weiß. Ach, wir haben hier Farbe. Ach, deswegen hat uns nicht angegriffen. Äh, hallo? Ja, ich nehme mal was. Beim Megan Cross. Dinosaurier. Jetzt kriegt Dinosaurier noch ein Spiel. Das wäre es jetzt. Hahaha. Hier geht es weiter dann, glaube ich. Du musst die Uhlen im Auge behalten, weil ich habe die gar nicht im Auge behalten. Ja, ja, ich habe noch ein bisschen... Oh. Und ich kann mir echt vorstellen, dass das jetzt sehr schnell vorbei geht. Alter, 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 alter. Geh doch mal. Alter. Alter, macht das Baby über dir auch gerade so. Immer, wenn du es so schlägst, hier so ein Table Dance. Ja, jetzt werden wir jetzt alle tot. Ja, jetzt... Und ich muss jetzt diesen Stofffetzen hier und diesen Stofffetzen hier. Ja, hier ist eben so eine Forschungsstation irgendwie. Wahrscheinlich eine geheime. Ja, aber was ist das dann hier? Das ist doch... Wir müssten doch wenigstens irgendwelche Menschen gewesen sein, oder... Oder was weiß ich. Das ist... Ja, die sind vielleicht evakuiert worden oder so. Da müssen wir irgendwo sein. Oh, da ist Medizin. Sehr schön. Ja, stelle ich wieder hin. Da müssen wir irgendwo sein, wo es Zivilisationen gab. Ich höre da irgendwas, dass... Ja, ich glaube, da geht's hier. Schlafen. Ja, na kommt schon. Das ist der Turm. Der Turm. Den wir auf den Bildern gesehen haben. Alter, 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 Alter. Das klingt so komisch. Ach, das ist ein Generator oder so, oder? Vielleicht ist das irgendwas Außerirdisches, was die eben anzapfen wollen, wie bei den Filmen. Alien und so. Weil das sieht natürlich aus, weißt du? Und das hat vielleicht die ganzen Mutationen. Kann natürlich auch sein. Hä, das kann man aufmachen. Ich weiß nicht. Willst du das jetzt gleich aufmachen? Nee, nee, warte. Noch nicht, noch nicht. Weil die Folge ist ja gleich zu Ende. Noch nochmal ein Clif hängen. Ja, wir forschen mal erstmal, glaube ich, die ganze Türen. Ich geh mal da rein. Nein, da geht's nicht ab. Da haben wir wieder Farbe. Nochmal Farbe. Hier ist nochmal viel Farbe. Hier kann man sich was anschauen. Ich hab ihn nochmal eingeschmippt. Die Saisen sind able to bring down a plane. Ähm. Aha. Bring down a plane. So, so, so. Also sie woll... Wäh, der hat alle Stifte im Gesicht. Wäh. Hm, lecker. Also sie wollten ein Flugzeug zum Absturz bringen, oder wie? Äh, wie ich das gerade verstanden hab, ja. Leck mich doch am Sack. Die Säcke, Alter. Was sind das für... Das sind doch keine Menschen mehr gewesen, dann. Two Second Art... Ah, da gibt's noch ein zweites Artefakt. Komm mal her, guck. Da ist ein Two Second Artifakt. Aber da kommen wir jetzt nicht rein. Ah doch, da ist eine Schlüsselkarte wieder. Oder ich kann das... Nee, warte. Da müssen wir vielleicht erst noch was finden. Da müssen wir wahrscheinlich erst noch was finden. Oder vielleicht ist es da drin. Das kann auch sein. Ja. Da kommen wir auch rein. Aber hier ist Alkohol, Alkohol, Alkohol. Hier ist nichts. Gut, weil die Zeit ist jetzt vorbei. No. Dann würde ich sagen... Warte, ich gehe hier nochmal schon hin. Was für verstehende Eier... Ich nix verstehen. Ich verstehe alles. Du bist einfach doof. Ja. Gut, dann... ...bedanke ich mich hier wieder fürs Zuschauen. Und dann sieht man sich hoffentlich wieder bei... Nee, da ist auch was am angucken. Ach ja, da ist was am angucken. Aber sogar... ...bei Megan Gross. Ja, das haben wir ja schon. Gut, dann... ...sieht man sich hoffentlich wieder bei der nächsten Folge. Weil in der nächsten Folge machen wir dieses... ...Artefakt auf. Ich bin voll gespannt. Ich auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.